Bucket, was zum Teufel ist mit dem Ding auf deiner Schulter los? Was für ein Ding? Oh, das. Das ist ein Licht. Keine Ahnung, was das treibt. Steuerst du denn nicht alle deine Teile? Dieses Chassis wurde nicht für ein Grank Ratchet-Gehirn entworfen. Einige der Algorithmen wehren sich gegen meine Anwesenheit. In diesem Fall habe ich aufgegeben. Du bist echt durchgeknallter Metal. Wenn du wüsstest. Alles klar, Junge. Alles klar, ich bin der Joker, Junge. Na, willkommen zurück zu Let's Play Evolve. Mann, Alter. Oh, freier Fall. Oh, motherfuck. Besonders ich bin der Tank. Müsste eigentlich übelst schwer sein durch die Rüstung, aber fall am langsamsten. Ja, stell dir mal vor, Alter. Du fällst dann runter und bumm, sagst du in den Boden rein. Ey, wie wär's mit dem Scannen, Digga? Ja, sagt das Illy Geischwo? Alles. Gut, Sensor, ja. Schön für ihn mit deinem Sensor. Ein Scannen wäre jetzt trotzdem sehr cool. Ja. Ihr habt's gefressen von Wektrum. Guck mal, du bist ja, guck mal, du bist ja, guck mal, du bist, Alter, hier assault und rennst nach vorne. Du bist der Erste gerade von uns. Ja. Machst du die Pflanze auch kaputt? Ich muss mal kurz gucken. Digga, das ist eine Pflanze. Die halt weg. Ich bin von der Fleisch fressenden Pflanze. Will jemand da auftreten? Das Zusehen bereitet mir große Folgen. Das ist ja die Frage. Trapbear, kannst du bitte scannen? Nein. Nicht sprechen. Nein. 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 Du bist ja im Einsatz. Ah, der kann ja mal scannen langsam? Wir haben keine Ahnung, wo das Vieh ist. Ja, und das kann sich jetzt schön hoch... Ja, das ist es nämlich. Keiner weiß, wo das Vieh ist gerade. Guck mal, hier lang. Oh, hier hat's gefressen. Hier ist ein Vorteil. Watt wo? Bei mir. Sie ist hier. Die Kreatur ist hier. Wahrscheinlich auch einen Weg zum Vorteil. Ich renne zum Vorteil. Ich komme auch, langsam. Nein, er rentiert. Ich hab's. Ich hab's. Nice. Ich hole fixen zum Vorteil. Alles klar. Ja, so hören wir jetzt nicht, wo die Viecher sind. Das ist natürlich schlau, ne? Ha! Rein mit mir. Achtung, hier ist ne Pflanze. Voll alive, Mann. Alles klar. Feels bad, man. Ich mach mal kurz weg das Ding. Ja, mach das. Pflanze weg. Pflanze weg. Pflanze weg. Los. Left Hohn. Angriff. Das ist ihm doch volle. Geh, 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 geh. Ah! Na, nee, das ist der Ausgang noch. Halt, du Brutzel, die Sau. Ha! Rolling Stone! Rolling Stone. Fuck, Medic! Achso, ist ja schon hier. Nice. Hey! Fühlt ihr euch schon besser? Ey, sag mal, kannst du mal auf dem Weg trennen? Hier, Fisch, kein Uflan! Brutzel, Brutzel, Brutzel! Ey, lol! Jetzt rennt ge... Ey, jetzt rennt die ganze Zeit im Kreis. Brutzel. Es ist unter uns. Es rennt die ganze Zeit im Kreis. Ich erwarte es mal hier oben ganz kurz. Es rennt hier nur im Kreis. Es rennt jetzt wieder nach unten. Es ist total dämlich vom Monster. Weißt du auch warum? Ja? Weil guck mal deren Leben an und die Schilde. Es geht eigentlich fast gar nicht runter. Weil das Vieh muss uns angreifen. Dadurch gehen die Schilde immer weiter runter. Also dieses Schild. Also die Kuppel. Oh, Gott. Es ist hier unten. Hast du Glück, wusste ich das schon, habe meine Schütze perfekt platziert, um Damage zu drücken. So schlau. Lad nach! Toast, Jetpack, geh zu! Angriff! Das ist schon scheiße mit dem Jetpack manchmal, ne? Ja, und ich habe schon Ladegeschwindigkeit. Das bei 40, 50 Prozent. Achtung, hier unten ist, ähm, die Pflanze. Alles klar. Die Pflanze tot. Okay, wo bist du jetzt hin, du Mist? Da! Da ist wo? Lauf! Jetzt ziehst du dich, du scheiß Spinnen. Wunderbar furchterregend. Alles klar, Mann! Platz! Du bist hier nicht der Jäger, sondern Markov! Hallo, Markov! Ist klar! Alter, irgendjemand soll den Typen mal sagen, dass er einen planetaren Scan hat. Wodka, Wodka, Wodka! Darum ist immer noch ein Geist drin, ne? Okay. Ja, ich bin mal vorher, Läscher. Hey, du! Kann man hier jemand rein, zufällig mal einen planetaren Scan machen? Sensor im Einsatz! Oh, ne Trapper, ne? Wie kann man nur so doof sein? Du bist so leise, wie du dachtest! Da hinten ist es hier irgendwo. Ja, ich habe es gerade gesehen. Puppel bereit! Boah, Boasting. Dann ist es auf jeden Fall noch ein Vorteil, in sich. Wirklich, jetzt macht er seinen Scan? Jetzt macht er seinen Scan, Alter, will er mich verarschen? Boah, wie dumm kann man sein, ey? Hab's, hab's hier! Ja, ich bin trotzdem gerade, ich bin jetzt drinnen. Alter, kann der natürlich mal aufhören, die ganze Zeit Gebiete eins und sich zu beschlagnahmen. Hab keinen Schild! Ah, fuck! Hier, die Fähigkeit ist online, dann schild er auch. Nice! Siehst du mal, was ich für ein krasses Mate bin, Alter? Oh, mein Jetpack, Alter, ich hasse das! Alter, das Vieh soll nicht so weit wegrennen die ganze Zeit, Alter. Ich komme mit meinen Kugeln nicht hinterher. Das Vieh muss einfach mal da stehen bleiben, wo meine Kugeln es treffen können. Ruf da, ruf da, ruf da! Ich schilder aktivieren für euch! Ich will das hier hin, Mann! Also ich glaube, der ist nicht so auf dem Monster. Kann das sein? Weil er stellt sich hier so ein bisschen an. Da rennt die ganze Zeit im Kreis. Anstatt auf uns drauf zu gehen, rennt er davon. Ich meine, die Kuppel ist noch online. Da bringt das nicht so viel, dieses Weglaufen. Da bringt erstmal nur Austeilige davon sich weghalten was. Was, Kuppel ist schon wieder down? Ich war doch gerade bei vier Minuten. Ich hasse die Kuppel, ne? Wenn ich doch bloß wüsste, wie man die down kriegt. Als Monster, ne? Ich weiß nicht, wieso, aber die geht andauernd so schnell down. Kannst du mal aufhören, vor meinen Kugeln zu rennen? Du hast gerade zwei meiner schönen Kugeln abgefangen. Echt? Glaubst du, die Dinger sind kostenlos? Ja. Guck dir mal an, wie schön die fliegen um die Kurve, Alter. Mein Jetpack ist schon wieder weg. Ja, ist geil, ne? So macht viel Spaß mit einem Landjetpack. Ja. Alter, den ownen wir. Ne. Der wird jetzt erstmal wieder entkommen und dann müssen wir den jetzt erstmal wieder suchen, weil ich glaube, der wird sich jetzt entwickeln, weil der dürfte jetzt auf entwickelt Level sein. Ich war von aus. Da ist er lang. Irgendwo da müsste er lang sein. Cool, cool. Okay. Ach, der ist ein Vorteil, so wie es aussieht. Der hätten ist auch irgendwo noch ein Vorteil. Yo, fuck. Ihr müsst hier am besten zehn Sekunden noch ungefähr in seiner Nähe sein. Weil dann das Kuppel online. Er ist immer beim Vorteil. Vorher, zweitens, jetzt finden, haben wir es. Wenn man, wenn du siehst, sofort drauf schießen, wir machen jetzt doppelten Damage kurz, wenn das hier entwickelt. Kuppel ist bereit, habt ihr es? Ja, nice. Nice. Weißer hat sich entwickelt. Ja, ist egal, man trotzdem weg. Jo, ich brutte mich gerade schon. Nachladen. Platzier meine Fallen überall, weil ich versuche es mal ein bisschen, na, wo ist das Ding denn? Halten. Loll, das hat mir einfach mal runterkataportiert. Ja, man, halt, weg mit der Panzerung. Achtung, Medic ist fast down. Auf das Vieh, man. Es muss weg vom Medic. Ja, ich habe gerade ein bisschen getränkt. Ja, ich habe die gerade mal Fähigkeiten alle geholt. Ich mache mal kurz meine Schilder an. Ich habe allen mal kurz Schilder gegeben, damit der Medic sich mal heilen kann. Nice. Ja, Mann, Junge. Also, Supporter-Klasse ist echt fett. Da kann man nichts anderes sagen. Achtung, Medic ist gleich down. Der war, das Monster ist echt ein bisschen blöd. Ich habe nicht mal die Falle. Wer ist down? Ja, Medic ist down. Er denkt wahrscheinlich, er kann jetzt austeilen. Ich sehe ihn nicht mal. Ey, so viele Büsche, man, ich sehe ihn nicht. Er rennt. Ich bin irgendwie wieder. Ja, nice. Weil deine Leben ist auch gerade ziemlich down. Ja, ja, deswegen. Geh mal kurz hier den Schilder. Weiß. Fehl ist viel besser als die Medic-Panzole. Nice. Heilungsfeld, viel besser als die Medic-Panzole. Ja, ist doch so. Da ist es. Ich glaube, langsam hat er es drauf mit seinem Planetanscan. Er muss ihn nur noch lernen, ihn richtig einzusetzen. Dann ist es viel... Ich sehe die Bestie. Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Ja. Oh, es ist in seine Falle gelaufen. Aber das hat er gut drauf mit seinen Fallen. Ich schieße auf. Alter, er ist weggesprungen. Ich komme mit mir auf den Vorteil. Oh, mach das. Dann weiter hinter das Mistfee hinterher. Ja, mach das. Hey, weg mit euch hier. So was haben wir für einen Vorteil? Jetpack. Alter, geil. 45% Treibstoffverbrauchreduzierung. Alter, geil. Ja, hast du. Ja. Ey, wenn die da nicht herkommen, kann ich auch nichts für. Boom. Boom. Boosten. Ist doch schön. Oh, ja, kidfly. Hä? Zu schnell. Koppel ist breit. Alles klar. Was wir schon gesagt haben. Toll. Ey, es ist doch so in dem Spiel, Mann. Ich hab's. Daumen ist es. Daumen. Ich bin noch auf dem Weg. Ich hab's. Hab's. Oh, Abbot, motherfucker. Ich habe dich. Deep in der Ass. Bam. 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 Oh, deine Schilde, Mann. Oh, ich hänge fest. Ich komme nicht raus hier. Ich hänge. Ich hänge. Ich werde für ihn. Ich hänge. Komm, meine Schilde, ladet euch auf. Ah, gut. Ich kann meine Schildfähigkeit noch aktivieren. Raus. So, motherfucking raus. Oh. Bin down. Medic. Warte. Medic. Ah. Ah. Ah, ja, mach das wie down, Mann. Ich bin gleich tot. Noch ein paar Sekunden. Stir. No. Wir haben's. Yes. Nice. Geil. Müsst du eins, wo es beim nächsten Mal wiedersehen hat. Auf Wiedersehen. Tschö, hüß. Tschö, hüß. Tschö, hüß. Hier ist es alles.